Herzlich willkommen zum Videotutorial des Worldsoft Express Menüs. Loggen Sie sich bitte auf Ihrer Website ein, ich nehme dafür unsere Beispielseite. Auf der Startseite oder wie hier im Beispiel im Impressum finden Sie die Anmeldefelder, Benutzername und Passwort. Sie haben von Worldsoft Ihre Zugangsdaten erhalten. Diese geben Sie hier bitte ein und klicken dann auf User Login. Jetzt sehen Sie links unten einen Startbutton. Wie Sie es von Windows gewohnt sind, klicken Sie dort drauf und es öffnet sich das Worldsoft Express Menü mit allen Modulen und Einstellungsmöglichkeiten. Eingeteilt in Kategorien für die Website-CMS, für Ihr Benutzerkonto, für die Enterprise-CMS und alle weiteren CMS-Module. Und hier rechts oben können Sie die Tooltips, also die Quick-Infos ein- und ausschalten, sodass Sie sehen, welches Modul für welche Funktionen geeignet ist. Und auf für ausschalten, auf für ausschalten, auf für einschalten. Hier über den Menüpunkt Alle Module sehen Sie auch die weniger wichtigen Einstellungen und Module. Mit Klick auf aktuelle News sehen Sie die Neuigkeiten von Worldsoft und sind so immer informiert. Beim Klick auf eine der Funktionen, wie hier zum Beispiel die Navigation, wird ein zusätzliches Fenster aufgemacht, wo Sie die Einstellungen tätigen können. Zum Beispiel das Menü erstellen. Für häufig benötigte Einstellungen tun Sie sich leichter, wenn Sie hier dieses Icon auf die Startleiste ziehen, um es schnell öffnen zu können. Genauso können Sie diese Icons hier auch wieder entfernen, per Drag & Drop einfach wegziehen. Über das X schließen Sie das Express-Menü und da, wo Sie sich eingeloggt haben, können Sie sich dann auch wieder ausloggen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.